Hallo zusammen, ich bin Lindora, das ist die IRM. Wir machen die Lehre als AGS in der Stiftung Pflegezenter Gemeinde Arth. Und das ist Claudia, sie ist verantwortlich für die Ausbildung. Kommt mit, wir zeigen euch unseren Alltag. In meinem Tätigkeiten sind die Blutdruckmässer, die Bewohner begleiten und mit ihnen unterhalten. Besonderlich an meinem Beruf ist, dass ich wie Bewohner zusammen bin, dass ich für sie da bin, dass ich mit ihnen Spass habe. Am meisten gefällt mir im Betrieb mein Team, dass sie mir helfen, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Fragen habe, dass ich gerade fragen kann. Oder wenn ich etwas falsch mache, dass sie mich auch korrigieren. Was besonders in der Lehre ist, dass man sehr viel Kontakt hat mit Bewohnern und Bewohnerinnen. Zum Beispiel mit denen Spiele spielen, sich unterhalten und sich besser kennenlernen. Für die Lehre mitbringen sollten wir gut sprechen können und einen guten Umgang mit Menschen haben. Mir hat es hier angesprochen, dass ich mich schon am ersten Schnuppertag sehr wohl gefühlt habe. Das Spezielle hier im Betrieb ist, dass uns die Begleitung der Lernenden wirklich sehr wichtig ist. Die Ausbildung wird gross geschrieben und soll auch lebendig gestaltet werden. Ein Bewerber muss bei uns vor allem Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit, Spass am Lernen und auch Einsatz mitbringen. Wenn euch die Übung gefallen hat, bewirbt euch jetzt.